Warum gibt es auf den französischen Straßen eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Damit die deutschen Panzer etwas länger nach Paris brauchen. Was sagte der Bürgermeister in Paris, als die Deutschen 1940 einmarschierten? Einen Tisch für 100.000 bitte. Welche deutsche Wörter kann jeder Franzose? Ich gebe auf. Warum fließen die Stromleitungen Europas durch Frankreich? Der Strom sucht sich den Weg mit dem geringsten Widerstand. Wie nennt man einen Franzosen, der sein Land verteidigt? Keine Ahnung, ist noch nie passiert. Was hat das französische Militär mit der französischen Liebe gemeinsam? Beides hält nicht lange. Warum haben französische Panzer Rückfahrtspiegel? Damit sie sehen, dass ihnen bei der Flucht niemand folgt.